hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play star wars battlefront 2 wir nähern uns dem finale wir sind schon bei folge 12 angelangt ja unser vater hat uns entdeckt und jetzt sind wir gespannt was weiter passiert ob wir ihn besiegen können oder ob er doch der stärker ist wie es ausgeht das seht ihr jetzt viel spaß ah teilbomber zielerfassung läuft er fasst feuer beseitigt doch nicht eine weitere stapel ist zu uns unterwegs so 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 Da kommt noch eine Stapel. Anflug, Feuer. Halte die Bombe noch fern. Jo, wir sind dabei, Mann. Bombe, was hat das? Einer noch. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teichstapel im Anflug. Na was? Da stimmt was nicht. Wir haben direkt einen Kurs auf Sie. Hallo, eine. Haas. Ich musste Sie wirklich über irgendein Kurs mitnehmen. Glauben Sie? Sie und Dell sind heute meine geringsten Sorgenden. Hier geht es schon mehr als Sie begreifen. Ja, angriffen! Was? Verdammt, wo ist der Telpenner? Was? 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 Oh, come on! ich habe gleich alles gefühl beim fliegen ist echt cool muss man sagen ich bin okay ja ich werde das hier beenden ich ruhe mir mein eigen er ist das nicht wert na gut rückzug holen also wie man jetzt schon beschrieben die zwischen den besten einfach richtig das war knapp weil ich sagen muss dass ein bisschen viel von battlefield 1 geklaut wurde das erinnert sehr an die an die szene auf auf den luftschiffen so was haben wir denn hier kontaktgranate ist klar von kämpferserie und der schock ich dachte ich hätte da was mit scharfschützen ich sehe sie festhalten so da wollen wir mal gucken was haben wir gut geschaffen so Sehr schön, das läuft ja bisher ganz gut. Alles sauer bisher. Schöpfer. Und wieder ein Stückchen vorrücken, da geht es einfach mal ganz langsam vor und dann geht es ganz gut hier. Der Schafengeber muss halt genau auf den Kopf zielen. Ah, der ist im Falle mit hochkommen. Oh, das ist es. Der Schafengeber muss halt sein. Wir kommen der Brücke immer näher. Ja. Kann ich mich mal heilen? Danke. Weiter geht's. Sehr gut. Geh mal rein in den Laden. Ach du liebe Güte. Aber auch das ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie aus Battlefield 1. Wo man dann auch durch das zerstörte Luftschiff geht. Ihr sollt vielleicht mal in unsere Battlefield 1 Playlist reinschauen. Da seht ihr das. Also da muss ich sagen, es ist schon ein bisschen schmack. Da haben sie zu viel aus der Battlefield 1 Kampagne kopiert. Was nicht heißt, dass das Spiel schlecht wäre. Ja, dass es absichtlich ist. Du musst was hacken. Und sonst haben wir gegen Schand. Ja, der ist noch da. So, mein Freund. Vater. Da. Helfer. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Und das war falsch. Was ist noch davon übrig? Mein Vater, komm mit! Komm bitte! Du hast meine Schwäche erkannt. Und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was besseres. Nein! Deshalb gehst du ohne mich von dir weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Lebe. Ich muss sagen, das kam etwas unerwartet jetzt. Ich muss sagen, das kam etwas unerwartet jetzt. Ich muss zu der, ich muss überleben. Ich habe das in der Stadt. Ich habe die Flasche. Im Körper. Ich habe mich gehorchen. Ich habe euch gehorchen. Aber ich habe mich zu浮 costa. Ich habe die Flasche nicht mit einer Flasche. Einzung von Flasche. Ich habe mich gearbeitet. Ich habe eine Flasche. Ich komme da. Rums. Da sind wir gelandet. Und damit geht auch Folge 12. Langsam zu Ende. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es war so klar. Der Droide sagt mir, dass ihr lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Das ist vorbei. Wie geht es? Das heißt, das ist vorbei. Das ist vorbei. Absolut. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Oh, ha. Und damit geht Folge 12 zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, da ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wenn ihr das noch nicht abonniert habt, dann abonniert es doch einfach. Vergesst aber nicht, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Bappen zu klicken, denn dann bekommt ihr alles mit bei uns auf dem Kanal. Schaut auch mal auf Facebook vorbei, facebook.com.de. Den Link findet ihr auch bei uns im Kanal, bei der unten rechts. Und wenn das Spiel euch gefällt, kauft es euch doch einfach. Den Link, wo es besonders günstig kommt, findet ihr in der Videobeschreibung. Credit PV vis smoke going. Platz ist wirklich ausgel тел. Bis dann, reineinander aus, wenn du geIST siehst. Abonnieren in dir. Prey, wir unbedingt dienen Zersalsalsalsalsalsalsalsalsalsersalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsamer대Justalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsalsals...al Volksheimитеرضst als JGAot Еdie Massen alsメ造 clicking這裡up, Hallo. Wir haben Sie gewartet. Bring mich zum Gefangenen. Natürlich. Hier entlang mit. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Raus aus meinem Kopf. Ich werde gar nichts sagen. Im Abspann könnt ihr jetzt auf die linke Seite des Videos klicken. Für Tipps aus dem Kanal auf die rechte Seite für alle Folgen Let's Play Battlefront 2. In der Mitte da könnt ihr das abonnieren. Und ich sage Tschüss und macht's gut. Und bis zum nächsten Mal zur letzten Folge von Let's Play Battlefront 2.